Moin Leute, das hier ist ein kleiner Song, den ich für euch gemacht habe, weil ihr wirklich so eine tolle Comedy-Seite. Wichtig ist, der Song ist nicht ernst gemeint, sondern es ist einfach ein Comedy-Song und soll unterhalten. Und es ist auch nicht wirklich ein Weihnachtssong, sondern, sondern, naja, keine Ahnung, was das eigentlich ist. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Letzte Weihnacht, da fing der Scheiß an, ich hatte ne Idee im Kopf und wollte die echt haben. Ich wollte doch nur mehr Abos und Klicks, hab dann am Schluss doch noch verkackt. Ich hatte so nen geilen Plan, einen mit dem ich Abos und Klicks machen kann. Doch dann hab ich's einfach nicht geschafft, alle Folgen hochzuladen. Mein guter Plan war im Arsch, die Leute haben alle gewartet. Doch MC Christmas war dann einfach vorbei, alter Mann, das war einfach so ein Kack, ey! Letzte Weihnacht, da fing der Scheiß an, ich hatte ne Idee im Kopf und wollte die echt haben. Ich wollte doch nur mehr Abos und Klicks, hab dann am Schluss doch noch verkackt. Kann ich denn nicht meine Bezahlung haben? Äh, Judo, hast doch nicht was gesungen. Hä, was für ne Bezahlung, hä? Ich nehm, meine Bezahlung! Hä, ey, was für ne Bezahlung, hä? Ich weiß es. Hä, das ist unfair, hallo. Ey, ey, Junge! Ein Jahr später war's dann soweit, ich hab dem Ganzen noch ein Versuch gegeben. Und an Conny hat's auch Spaß gemacht. Und großen Dank an euch alle. Das Jahr war zwar echt scheiße, aber mein Kanal hat das echt krass gut getan. Oh Mann, wir sind einfach so groß gewachsen, oh Mann, jetzt schon über 200 Abos. Glaubst du wirklich, dass der Song gut ankommen wird? Hm, pfff, äh, naja, keine Ahnung, mal schauen. Frag mich, ob jemand überhaupt noch Minecraft Christmas kennt. Was ist Minecraft Christmas? Also, ich kenne Minecraft World. Ach Mann, ja, das waren Zeiten. Ey, mach mal weiter mit dem Song, wenn ich mein Geld haben. Oh Mann, ey Mann, hör, da geht's endlich auf! Diese Weihnacht hat's endlich geklappt. Ich hatte ne Idee im Kopf und hab's auch gemacht. Ich hab zwar nicht viel mehr Abos und Klicks, dafür hab ich's endlich geschafft. So Leute, das war's mit dem Song. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewerbung und ein Abo freuen, weil, äh, ich hab da schon ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Auch wenn er, ja, gut cringy war, ne? Ähm, falls ihr noch nicht genug Warnstimmung von mir habt, könnt ihr gerne um 20 Uhr in meinen Stream kommen. Da werden wir ein bisschen schnacken, ein bisschen zocken und einfach entspannt Weihnachten genießen. Genießen, der Link dafür ist in den Kommentaren angepinnt. Falls ich jemals nochmal so einen Song machen soll, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Oder gib einen Daumen nach oben bei einer sehr guten Bewertung, dann mach ich das nochmal, weil dann gefällt's euch. Ja, und ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Stream. Und sonst wünsche ich euch noch frohe Weihnachten. Ciao, ciao! Letzte Weihnacht, da fing der Scheiß an, ich hatte ne Idee im Kopf und wollte die echt haben. Ich wollte doch nur mehr Abos und Klicks, hab dann am Schluss doch noch verkackt.